Janka wird morgen in ihrer neuen Klasse einen Kurzvortrag über ihre Heimat Transsilvanien halten. Dafür muss sie jetzt noch ein passendes Handout gestalten. Ein Handout, manchmal auch Handzettel genannt, gibt den Aufbau und die zentralen Informationen und Kernbegriffe eines Vortrages knapp und übersichtlich wieder. Es soll Mitschülern und Mitschülerinnen dazu dienen, sich an das zu erinnern, was während eines Vortrages erzählt wurde. Eine DIN A4-Seite sollte in der Regel ausreichend sein. Im Allgemeinen besteht ein Handout aus drei Teilen, einem Kopfbereich, dem Hauptteil und der Quellenangabe. Janka beginnt mit dem Kopfbereich. In die linke obere Ecke schreibt sie dafür den Namen ihrer Schule, das Datum, das Schulfach, für das sie ihren Vortrag vorbereitet hat, den Namen ihrer Lehrkraft und ihren eigenen Namen. Dann folgt der Titel ihres Vortrages. Diesen schreibt sie als Überschrift mittig und fettgedruckt darunter. Ihren Vortrag hat Janka bereits gut strukturiert. Die wichtigsten Informationen hat sie sich dafür auf Karteikärtchen geschrieben. Mit Hilfe dieser Kärtchen schreibt Janka den Hauptteil für ihr Handout, der die wesentlichen Informationen ihres Vortrags enthalten sollte. Der erste Punkt ist die Einleitung, also die Hinführung zum Thema. Zum Einstieg wird Janka dem Publikum die Frage stellen, wie der Geburtsort von Graf Dracula heißt. Sie entschließt sich daher, auf dem Handout ein paar Informationen über Graf Dracula festzuhalten. Anschließend schreibt sie im Hauptteil die wichtigsten Punkte in derselben Reihenfolge auf, wie sie in ihrem Vortrag genannt werden. Unter zweitens Meine Heimat Transsilvanien notiert sie sich die Unterpunkte Lage, Geschichte, Bevölkerung, Landschaft. Darunter folgen Stichpunkte, die nähere Informationen zu den Unterpunkten geben. Weniger ist oft mehr. Schreibe keine ganzen Sätze, sondern verwende eher Abkürzungen und Stichpunkte. Du kannst auch Pfeile und Symbole nutzen, aber formuliere so, dass auch diejenigen, die nicht bei deinem Vortrag anwesend waren, die Stichpunkte verstehen können. Damit das Publikum die Informationen noch einmal nachlesen oder prüfen kann, ist es wichtig, Quellen zu notieren. Janka hat sowohl in einem Buch als auch im Internet recherchiert und gibt beide Quellen an. Zur Erinnerung Um ein Buch zu zitieren, nennst du zuerst Autor bzw. Autorin, dann den Buchtitel, das Jahr der Veröffentlichung und schließlich die Seitenangabe. Zeitungen oder Zeitschriften werden mit Autor bzw. Autorin Titel des Textes, Name der Zeitschrift oder Zeitung, Ausgabe und Jahr sowie Seitenangabe zitiert. Internetquellen solltest du mit Autor bzw. Autorin Internetadresse und Abrufdatum angeben. Quellenangaben schließen immer mit einem Punkt ab. Unter den Quellen hat Janka noch etwas Platz, um sogenannte Fußnoten einzufügen. Dafür setzt sie eine kleine hochgestellte Zahl hinter das schwierige Wort und erklärt es am Ende in einfacheren Worten. Jetzt enthält das Handout alle wichtigen und interessanten Fakten zu Jankas Vortrag über Transsilvanien. Um es noch ansprechender zu machen, beginnt Janka das Handout zu formatieren. Dabei achtet sie darauf, die Schriftgröße in Kopfbereich und Fußnote einheitlich zu halten. Diese sollte etwas kleiner sein als die Schriftgröße im Hauptteil. Außerdem fügt Janka noch zwei kleine Abbildungen ein. Jede Abbildung bekommt eine Bildunterschrift. Zum Schluss liest sich Janka das Handout noch einmal gründlich durch und kontrolliert, ob sie alles richtig geschrieben und auch Satzzeichen richtig gesetzt hat. Sie ist zufrieden. Jetzt nur noch genügend Kopien für ihre Klasse ausdrucken. Na super! Bis zum Schluss! Bis zum Schluss! IT Untertitelung des ZDF, 2020